Wissen Sie, warum ich Radio so gern mag? Es ist spontan, es ist schnell, es ist direkt. Da brauchen Sie keine Kameraleute, fünf Leute, mindestens vier müssen es einmal sein, aber ich habe es mal irgendwo gelesen, gehört, gesehen, die dann aufrücken. Einer, der dann die richtige Beleuchtung, ein Tontechniker, einer bei Kamera, einer, der die Fragen stellt. Und dann rufen wir halt mal den Michael Wielert, wie das war, zwei Wochen, da fahren wir kurz in Ruanda an. Wie schaut es aus, wie ist die Situation? Es ist kurz, es ist schnell, es ist direkt. Ich habe heute mich vorbereitet, etwas zum Thema Synode zu sagen, habe es auch angekündigt, weil jetzt die Weltbischofs-Synode beginnt, aber das wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen. Der Papst hat ja gesagt, das soll nicht ein Auftrag sein, auch der Sunderladeweg wird uns weiterhin beschäftigen. Aber jetzt sehe ich, dass hier ein gewisser Herr Arthur Schmidt neben mir sitzt. Er hat jetzt in Mainz die Regionalverantwortung übernommen für Team Deutschland. Sind Sie schon pensioniert, Herr Schmidt? Ja, jetzt seit 1. Oktober, ganz neu, ganz frisch pensioniert. Was haben Sie denn bisher gemacht, wenn ich fragen darf? Sie sind nicht undiskret, aber wir wollen einfach alles wissen. Ja, ich bin von Beruf Winzermeister und Weinbautechniker und habe in der Rheinberg-Kellerei in Bingen gearbeitet, war da tätig für alles, was da mit Wein zu tun hat. Kann es sein, dass Sie uns ein paar Flaschen Wein mitgebracht haben? Ja, habe ich. Da haben Sie sogar gefragt. Ja, habe auch noch ein paar für Sie mitgebracht. Okay, das war jetzt unverschämt. Was bewegt einen Winzermeister, bei Radio Horeb einzusteigen? Ja, also meine Frau hat schon Radio Horeb vor mir gehört mit Begeisterung und hat mich damit hineingenommen. Zusammen mit ihr habe ich die Regionalgruppe Mainz gegründet. Und wir sind einfach sehr angetan von dieser Liebe, die von diesem Radio ausgeht, dieser Nächstenliebe und vor allem auch diese Gottesfurcht und Nächstenliebe, auch die der Herr für uns hat, dass das über das Radio mithilfe von Gebeten und Rosenkranz rüberkommt. Und das hat uns so bestärkt im Glauben. Daher sind wir auch hingegangen vor Jahren, haben die Anbetung begonnen. Erstmal vor dem Tabernagel, weil der Pfarrer uns das nicht erlaubt hatte, zu öffnen. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, auch vor dem offenen Tabernagel anzubeten. Dann haben wir eine Gebetsgruppe gegründet und haben nach den sieben Schritten des Bibelteilens jahrelang das gemacht. Einmal die Woche, mussten jetzt pausieren wegen Corona, aber werden das jetzt wieder neu mit dem Hauskreis, was wir die Woche auch dazugelernt haben von Pastor Mayer, das wieder neu beleben und wollen da noch ein bisschen Schwung reinbringen. Also Sie haben empfangen durch Radio Horeb, Sie sagen Liebe, darauf kommt es ja drauf an. Es geht ja nicht darum, dass wir ständig dann irgendwie da anstecken und unzufrieden sind und der hat das gesagt. Und deshalb, das muss man auch mal tun, klarstellen, ja. Aber wesentlich ist das etwas anderes, dass auch Freude, Dankbarkeit, Begeisterung rüberkommt. Genau, also das kann ich bestätigen. Und vor allem auch diese Katechesen, also diese ganzen wichtigen Inhalte, die ja heute kaum noch gelehrt werden, dass man das über das Radio, über die Beiträge, über die vielen Menschen, Priester und Ordensleute, die da kompetent Rede und Antwort stehen oder Beiträge leisten, das hilft einem unheimlich in der Liebe zu Gott zu wachsen und zu Maria und festigt einen auch für das Radio zu werben. Also wir haben wirklich Herzblut für Radio Horeb und wir wollen das weiter verbreiten im Großraum Mainz. Da gab es bisher noch nichts. Wir waren vorher in der Regionalgruppe Frankfurt, die wurde größer. Und dann haben wir das geteilt und waren in Bingen das erste Mal dabei im letzten Jahr und haben dann uns entschlossen, spontan, ja, wir gründen eine eigene Gruppe und wollen jetzt mit Vollgas vorangehen. Ja, das klingt richtig motiviert, das gefällt mir. Wir können nicht Leute brauchen, die man bitte dann auch, das muss ich auch deutlich sagen, und die man wie Hunde zum Jagen tragen muss. Entweder brennt das Feuer oder es brennt nicht. Weil oft erleben wir auch, dass Leute jetzt dann, weil ich halt sehr deutlich bin, eine emotionale Überwältigung erfahren. Der Pfarrer hat es gesagt, jetzt mache ich es mal. Und dann melden sie sich bei den Gruppen nie. Also sie sagen, ich mache da mit, aber auf keine E-Mail, auf keinen Anruf reagieren sie. Also bitte schon, das lasst bleiben. Das ist einfach nur demotivierend auch für die Verantwortlichen dann. Also wenn, dann schaut, dass ihr etwas tun könnt und es ist kein Dienst zu wenig. Also selbst wenn ihr jetzt nicht zu den Treffen kommen wollt, ihr seid ein paar Mal im Jahr, drei oder vier Mal und sagt, das geht bei mir nicht, das ist zu akzeptieren. Aber melden Sie sich, wenn Sie zum Beispiel Programme auslegen. Können Sie bei unserer Zentrale tun oder bei dem Team Deutschland leuten. Und Sie können auf unserer Homepage auch nachschauen, was zu tun ist. Ja, wollen Sie unseren Zuhörern sonst noch etwas sagen, Herr Schmid? Ja, ich kann Ihnen eine kleine Antwort geben. Sie hatten ja gerade vorhin das angesprochen mit dem Wertstoffhof in München. Und ich bin also auch in dem Kreis, wo ich die Höreranrufe entgegennehme, seit gestern und heute und morgen. Und da hatte ich heute Morgen das Glück, da rief ein netter Mann an aus der Nähe von München. Also er muss fast eine Stunde fahren. Also ganz so in der Nähe ist es nicht. Aber er hat es auf dem Herzen, er hat das gehört und gelesen, dass da jemand gesucht wird für den Wertstoffhof. Und ich habe ihn eingetragen, seine Daten. Er wird dann kontaktiert die nächsten Tage und er wird diesen Dienst übernehmen. Schön, weil das summiert sich. Danke, Beifall, klasse. Und so brauchen wir einen. Schauen Sie einfach bitte nach auf unserer Homepage. Da sind alle Jobs aufgelistet. Jetzt noch bis 13 Uhr sind am Telefon Frau Ute Hillen, Ruth Bullheller und Franz Brenner. 08, notieren bitte, 328, langsam Bleistift holen, 08, 328, 9, 2, 1, 1, 8, 0. Und dann gibt es Mittagspause. Die Leute müssen ja auch etwas essen. Ab 13.50 Uhr geht es wieder weiter. 0, das sind die Lottozahlen jetzt. 08, 328, 9, 2, 1, 1, 8, 0. Ich muss noch schnell hinzufügen, ohne Gewehr, sonst meint jemand tatsächlich, dass er mich da in die Pflicht nehmen kann. Ja, dann noch die Missionsimpulse von mir, die ich schon vor zwei Jahren mal aufgesprochen habe. Die sind, damit Sie auch entsprechend motiviert werden, beim CD-Dienst zu bestellen. Hören Sie einfach mal rein beim Autofahren, legen Sie die CD rein. Wolfgang Hering von EuroProLive habe ich noch gebeten, darauf hinzuweisen, dass am Sonntag in einer Woche, 17. Oktober, Modellungsplatz um 13 Uhr, ein Gebetszug ist. 2021. Tausend Kreuze für das Leben in Münster und Straßburg sind weitere Veranstaltungen dieser Art. Ja, dann danke ich Ihnen vielleicht auch noch, es ist schon, ich bin da immer ein bisschen so, ich möchte einfach wissen von unseren Leuten, passiert was oder passiert nichts? Und leider können Sie jetzt nicht sehen, ich habe eine Liste, was allein, eine DIN A4-Seite, allein bei unserer Redaktion geschieht, wie viele ehrenamtliche Dienste wir dort haben. Das hat, weiß ich nicht, wenn ich Leute bitte, zu sagen, was schätzen Sie, wie viele Leute sind das, 10, 20, das sind 61. 61, die alleine der Redaktion sich einbringen, die zum Beispiel Qualitätsmanagement, beim Schneiden, beim Übersetzen, bei Sendebegleitung, Tagessendeplan erstellen, Talk- und Musikstreiflich, Spiritualität, Sex, Nachrichten, die bei Musikmagazin mitwirken, die Monatshöhe Punkte formulieren, die die komplett einteilen, bei Palenderblatt mitwirken, bei Musikdienst, bei Gott hört ein Gebet, bei Erzählung, bei Bambambini, bei Airbase programmieren und Abend der Jugend. Also, ist gut, geht doch, Leute. So darf ich noch den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Danke gleichfalls.